Jö, da bin ich wieder. Es gab mehrere hilfreiche Kommentare. Zum einen das da. Da wird die Enemy DNA angezeigt. Ich bin irgendwie fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das ein Gegenstand ist, den man aufheben kann. Dann fällt mir gerade auf, dass die Medium-Poles total anders aussehen und zwar wesentlich cooler. Sehr schön. Und, dass als das Raumschiff repariert wurde, also ich hatte ja hier unten in dem Wrack da ein paar Sachen reingeschmissen, dass das wohl die Radarslots erhöht hat. Was schon mal sehr schick ist. Denn ich werde sehr, sehr, sehr viele Radarslots brauchen, wenn ich die ganzen Türme einmal rumbauen möchte. Das wurde nämlich auch angemerkt, dass ich da irre viele brauche. In der Forschung sollte ich vielleicht mal gucken, ob ich irgendwo... Dann brauche ich noch ein paar mehr. Ein paar mehr davon. Ein paar mehr davon. Noch mehr davon. In der Forschung sollte ich mal gucken, ob es bessere Radarschlüsseln gibt. Momentan haben wir nur MK0. Da es kein DATIC gibt, gibt es halt keine MK12345 in dem Sinne. Aber vielleicht hat ja Hardcore oder was ähnliches eingefügt. Weil sonst bräuchten wir einen riesigen Block an Radarschüsseln, was schon ein bisschen komisch wäre. Alternativ könnte ich die Radarschüsseln auch an dem Muster anpassen. Also an dem Turmmuster. Also einfach bei jedem dritten Pole oder was eine Radarschüssel drunter. Dann hätten wir auf jeden Fall auch komplette Abdeckung außenrum. Momentan sehen wir halt nur diesen kleinen Ausschnitt hier. Was? Was bist du? Achso. Ich brauche ein Fließband. Sehr schön. Ähm, ich nehme mal... Was fehlt? Kupfer. Okay, den Kupfer. So, so. Bauen wir mal ganz... Nee, nicht die Türme. Bauen wir die Radarschlüsseln. So. Und dann verteile ich die einfach mal ein bisschen. Also gerade hier in der nordwestlichen Ecke brauche ich auf jeden Fall eine. Ich brauche in der südöstlichen Ecke da unten eine. Ich brauche eh da noch die Mauer zu Ende. Ja, was das wird? Chaos. Das wird Chaos. Und wir haben gerade eine Incoming-Welle. Die aber hoffentlich gegen eine Mauer rennt und von Türmen erschossen wird. Da ist noch eine recht große Lücke. Hier ist keine Munition angekommen bisher. Ich muss also die... Ja, die laufen alle dagegen. Und DNA tickert hoch. Sehr schön. Ich kann also auch bei der DNA jetzt mal diese Origin-Forschung machen. Was ganz gut ist. So, was wollte ich hier? Ich wollte... Ärmchen sind gesetzt. Ich wollte die Radarschlüssel setzen. Du. Ja, machen wir so. Und dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. 24 Slots schon. 1, 2, 3. Und mehr baue ich erstmal nicht, weil die verbrauchen auch relativ viel Strom, wenn ich mich richtig erinnere. Jo. Oh, top Abnehmer. Sehr gut. Stein wollte ich noch holen. Ihr beiden kommt mal mit. Ich brauche ihn nicht. Ah doch, Munitionsproduktion scheint zu laufen. Also es kommen immer neue Schwimme, aber es dauert halt ewig, bis alle voll sind. Und die klauen sich das. Eine Sache, die vom Mod-Orter auch noch angemerkt wurde, der übrigens fleißig zuschaut, was ich super finde. Einmal soll es Munitionsgürtel geben. Dann hat man wohl wahrscheinlich mehr Slots hier unten. Und wenn ich mich wagen wollen würde, eine Basis anzugreifen, wäre vielleicht ein Flammenwerfer nicht schlecht. Und das klingt logisch, ja. So. Weil es ja theoretisch ein Gebäude nur aus Fleisch ist. Und Fleisch mag Feuer nicht so wirklich gerne. So, alles mit. Alles mit. Gudi. Das war die eine Welle. Forschung braucht noch ein bisschen wahrscheinlich, weil ich wieder keine grünen Tränke hergestellt habe. Das mache ich mal hinten dran. So. Aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Also Mauer, Türme, Licht, Radar-Anlage. Alles einigermaßen sauber. Obwohl wir Hardcore-io spielen. Mal gucken, wie das später so wird. Und mal gucken, ob mein Schwierigkeitsgrad überhaupt okay war. Nicht, dass jetzt normal doch zu einfach war. Aber das werden wir erst, keine Ahnung, in 20, 30 Folgen rausfinden. Ob wir dann echte Probleme haben oder nicht. Wenn wir keine haben, dann ist wahrscheinlich irgendwas schiefgelaufen. So. Wo wollte ich die Lampen hinbringen? Ich glaube links auf der anderen Seite. Ah, so ist okay. Habe ich noch von Hand-Missionen. Machen wir mal händisch da jeweils ins Deck rein. So, so, so. Okay. Dann hier unten weiter. Und das geht bis hinter das Öl. Ja. Auch wenn ich hier oben überall kein Türme hinmachen muss. Erst habe ich hier Türme. Weil die ja von hier unten hochgelaufen kommen. Und es ist zappendus. Dann mach erstmal Licht, bevor du das anders machst. So, eins, zwei. Was? Drunter? Ja, drunter. Also eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Licht in die Dunkelheit. Ich hoffe, ich hatte am Ende der letzten Folge angemerkt, dass ich diese Folge wahrscheinlich nur Poles und so weiter setzen werde. Aber ich glaube, dem war so. Da unten ist die nächste Mauer. Okay. Licht haben wir bald nicht mehr. Bau neue Lampen. Düm, 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 düm. Grüne Tränke sind 35 da. Die muss ich gleich unbedingt in die eine Kiste schmeißen, damit wir mit der Forschung weiterkommen und ich forsche gerade die, ich forsche gerade die Snipergewehr. Da bin ich schon gespannt drauf. Du, du, du. Dann jeweils da ein Ärmchen. Die Ecke war wieder problematisch. Da kamen irgendwie zwei hin. So und so und dann kam das hier runter und machte dann da einen Knick. Wie, wie. So. Turm kann ich ja schon mal setzen. Vielleicht sogar schon ein bisschen Munition reinschmeißen. Machen wir einen halben Stack da, einen halben Stack da. Damit es theoretisch schießen könnte. War das direkt hinter dem Turm? Äh, direkt vor dem Turm? Habe ich da keinen Abstand gemacht? Doch. Ein fehlt mindestens Abstand. Okay. Ich sollte die Mauer einfach von oben nach unten weiterziehen, damit da kein Fehler ist. So. Laufgeschwindigkeit wäre so schön. Du, hier. Und hier runter. Im Wald müssen wir nicht abreißen. Das ist gut. Hä? Das sieht interessant aus. Das mal weg. Nicht, dass da irgendwann rüber krabbelt. Das würde ich den Zirgler zutrauen. Das reicht schon. Die sollten zumindest, wenn jemand von da oben... Machen wir noch einen. Wenn jemand hier durchhört, sollte der Turm zumindest den anticken. Dann werden die stinkig laufen nach unten in Richtung des Turmes. Dann übernimmt der nächste Turm und zwei Türme schießen. Das sollte anfangs reichen. noch weniger Munitionen. Ein-, zweimal schießen. So. Oh Gott. Okay. Jetzt Fließband. Ich kann ja einfach... Hier ein Untergrundbild nehmen. Kann ich ein Unter... Ich habe keinen Teil. Kann ich ein Untergrundbild unter Wasser machen? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht getestet. Kohle, Mammel. Beim Kupfer ist nicht gut. Also. Grüne Tränke abliefern. Kohle holen. Eisen holen. Kupfer holen. Abschieb, 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 Abschieb. Was? Rote Tränke fehlen? Wieso fehlen rote Tränke? Weil keine Zahnräder kommen. Warum kommen keine Zahnräder? Ah, weil Kupfer auf beiden Seiten jetzt eingeliefert wird. Das ist nicht gut. Haben wir jetzt auf beiden Seiten angeliefert. Weil ich es so eingestellt habe. Okay. Und es soll nur auf das untere. Also müsste das hier... So. Jetzt ist es das obere. Mach das einfach ganz anders. Mach das so. So. Jetzt ist es hoffentlich auf die richtige Seite gewesen. Also. Die rechte Seite. Die rechte Seite war genau falsch. Ach nee, du dimmst wieder keinen Kupfer. So. Tränke reinschmeißen. Kohle holen. Alles schön nacheinander. Auch wenn grüne Tränke, wie gesagt, gar nicht das Problem sind. Trotzdem macht es keinen Sinn, dass ich die rumschleppe. Hier haben wir auch Kohleerscheinungen. Immer eine Erscheinung. Ne mit. Ne mit. So. Alles einmal doppelklicken. Doppelklicken. Nur für den Fall, dass irgendwelche angebrochenen Stacks dabei sind. Dich auch. Dich auch. Stahl muss ich mir nicht nehmen, was ungewöhnlich ist. Aber na gut. Nimm ein bisschen Eisen mit. Kohle. Noch irgendwas, was befüllt werden muss hier. Du vielleicht. Ja. Oh. Okay. Hallo. Die Geräuschkulisse ist beeindruckend. Weil wir später zigtausend Dürmer haben überall. den Sniper-Türmen dazwischen und Flammen-Türmen und was weiß ich. Geht bestimmt gut ab. So. Du. Und du. Und das war genau falsch. Also machen wir das andersrum. Und machen dich auf die linke Seite. Jetzt sollte es okay sein. Und ich könnte ein paar rote Tränke einfach selber machen. Die gehen ja relativ flott. Zahnräder sollten wir auch vorrätig haben unten. Das heißt, ich breche die mal ab. Schnappe mir ein Stack oder zwei Zahnräder. So. Mach rote Tränke und schmeiße dann wohin? Einfach direkt rein. So. Dü-lü. Zwei. Hauptsache, dass sie schon mal arbeiten. Alles scheint nicht allzu viel zu fehlen, so wie das da hoch ruckelt. Wow. Die grasen aber auch ganz schön durch hier. Pritzel, Pritzel, Pritzel. Alternativ hätte ich aber einfach hier Kupfer reinschmeißen können. Das wäre sinnvoller gewesen. So. Du kannst jetzt da wieder was nehmen zwischendurch. Okay. Also Zahnräder kommen an. Kupfer kommt an. Rote Tränke werden hier hergestellt. Forschung läuft weiter. Gut. Füll mal ein bisschen hier auf. Sonst haben wir gleich wieder einen roten Bildschirm. Aha. Bälle ist durch. Nächste Bälle kommt bald. Das hier sollten wir mal so machen. Und dich dann auf die andere Seite ranbacken. Bei den Schmelzöfen gab es auch noch irgendeinen Fehler. Wohl in den Kommentaren gesagt. Also nicht der Fehler, dass das eine Ärmchen fehlte, sondern irgendwas anderes war da noch. Ich wüsste jetzt nur nicht was. Das sieht so weit okay aus. Außerdem, wie gesagt, Eisen ist gerade nicht das Problem. Ich mache mal aus der Eisenkiste hier eine Stahlkiste, damit der Puffer noch ein bisschen größer wird. So, aber ja. Wie gesagt, Eisen ist nicht das Problem. Noch. Was machst du da? Guck mal mit. So. Rote Tränke sind in der Arbeit. Das ist in der Arbeit. Forschung ist gleich durch. Brützel. Oh, weggeklickt. Super. Okay. Jetzt gucken nach. Besseren Radaranlagen. Irgendwas. Oh, das Advanced Opsrusting. Da wollte ich hingehen. Da bräuchten wir jetzt 300 Tränke. Okay. Okay. Rebirth Kit Gates Fluid Handling. Was machst du? Es gibt Wasserfässer. Das ist neu. Und die haben auch alle neue Grafiken. Also es wurde nicht einfach 1 zu 1 von Ditec oder so kopiert. Das finde ich schön. Er hat das alles selber gemacht. Was kommt hier? Hydrogen. Illyrium. Biomass. Oxygen. Ja, sehr gut. Also das können wir auch alles später ohne noch einen extra Mod zu installieren nutzen. Zug. Concrete. Walking Speed 140%. Klingt schon sehr praktisch, ne? Ja. Aber ich sollte lieber die Munition erforschen für das Dingensgewehr. 120. Reichweite 50. Oh, sehr schön. Ja. Und hier wäre ein Flammenwerfer. Erstmal die Muni, dann den Flammenwerfer. Dann eventuell eine Basis ranwagen. Die Königin wird uns zerpflücken, glaube ich. Kurze überprüfen, ob bei der Munitionsherstellung alles okay ist. Aber da sollte es eigentlich keine Probleme geben. Genau. Die ist halt nur bedingt durch... ...den Mangel an Modulen so langsam. Aber die Munition tickt halt gut durch. Also, wieder Fließbänder schnappen, wieder... ...was schnappen? Fließbänder und Mauern. Genau, Fließbänder und Mauern. Zack. Warum hast du kein Eisen? Also... ...weil es nicht gebraucht wird, ja. Weil hier nichts gebraucht wird. Nimm die mal alle mit und schmeiß die mal in die Kiste. Damit sie das hier unten wenigstens nicht staut. Gut. Mauern. Mauern, 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 Mauern. Du kriegst hier noch was an Kohle. Na, ich laufe immer dahin, weil das früher hier war. Das sind ja umgezogen. 40 Stück. 70 Stück ist ein guter Anfang. Und die Muni ist fertig. Sehr gut.